einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen türchen des western fishing adventskalenders türchen nummer 21 wir befinden uns hier aber sowas von in den letzten zügen da bin ich aber gespannt was ich hier noch haben einfallen lassen gestern hatten wir diese tolle schere drin die fand ich persönlich ziemlich nice und heute suchen wir auf jeden fall die 21 wo war denn das habe ich doch irgendwo also ganz genau wieder in einem großen kästchen da ist auch gleich die 22 drunter vielleicht hole ich die mal gleich ein stück nach oben nein eingehakt noch 23 jetzt geht's los die nummer 21 der kalender hat wieder im youtube ausgeschlafen sieht man hier so der wackeltest gummi fisch natürlich wer sollte es anders sein außer der chattees in der farbe desert sunset und das ist auch hier der hollow also eine version die in hohl ist die hat ja auch ein loch drin da habe ich mal in einem die instagram video gesehen da kann man super zum beispiel lock stoff rein machen das ist auch eine signature color bei ditmar isayesh 12 zentimeter ist der hier lang so langsam muss ich doch auch sagen auch wenn ich den kalender hier eine klare verbesserung im gegensatz zum letzten jahr hier attestieren kann haben die halt auch noch mehr gummifische außer den chattees slim den städtees hollow und den chattees als normalen chattees weiß ich nicht warum man da nicht noch so ein bisschen mehr hatten wir jetzt eigentlich schon ring draw ich weiß es mittlerweile schon ja gar nicht mehr aber da sind auf jeden fall noch ich habe auch im letzten jahr mir extra mal ja mal eine liste gemacht was die alles haben warum sie da nicht auch andere sachen reinpacken das erschließt sich mir nicht so ganz auf jeden fall der hat hinten auch ein loch am hintern da kann man zum beispiel auch noch da gibt es auch so eine kleine mit rasseln oder glasperlen gefüllten rasseln die kann man da zum beispiel auch rein stopfen würde ich jetzt mal sagen aber sieht das nur so aus das ist auch so ein löchlein hier das ist ein bisschen komisch sieht auf jeden fall ein bisschen komisch aus wenn ich das jetzt hier mache aber naja genau uv aktiv also eine schöne farbe hier um sieht man schon so im uv aktiven bereich dann geht so ein motoröl grün über ist natürlich eher auch natürlich ein braun hier mit goldenen flakes also auf jeden fall eine sehr 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 schöne farbe das ist ein sehr weicher köder ein köder der natürlich durch diesen hohen bauch sehr wenig eingewicht hat der natürlich auch sich dadurch schön langsam führen lässt und so also das schon vom gummifisch her ist der schon toll wenn es nicht ein chattees wäre nein ist schon okay also der gefällt mir natürlich gut die farbe finde ich auch in ordnung aber vielleicht haben wir in den letzten türchen ja noch mal glück hier mit ein paar anderen soft baits oder hard baits aus dem western sortiment bin ich gespannt ganz genau also ich mal sagen schauen wir mal und sehen uns später oder morgen macht's gut bis dann euer Lemmy